Herzlich Willkommen zurück bei Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Ja, im Norden herrscht Krieg. Ja, das heißt ja Krieg im Norden, also gehen wir mal nach Norden, wa? Mit unseren kurzen, kleinen, stummel Beinchen. Ja, das klappt schon. Ach, ein kleines Dickerchen kann nicht springen. Reiß zu den... ...Hügelgräberhöhlen. Gehen wir einfach mal hier lang. Wo auch immer die sind. Haben wir da zwar eine Minimap, aber die bringt hervlich wenig. Die Ostgilliard und Verteidigung von Lurien, Herausforderung, Mission, wurde freigeschaltet. Juckt mich grad nicht. Weiter. Hierhin reisen. Na gut, Weg erspart. Freue ich nie laufen. Geil. Schon wieder Gewitter. Ist das wirklich die beste Route, durch einen Friedhof? Diese Gräber wurden in fernen Zeiten von den Vorfahren der Menschen gebaut. Den Menschen von Arnor waren sie heilig. Und so begruben auch sie ihre Toten hier, bis ihr Reich in die Hände des Hexenkönigs fiel. Das ist kein natürlicher Nebel. Und die Luft ist so kalt geworden. Also ab durch die... Durch das Reich der Toten. Geil. Finde ich prima. Einfach mal hier ins Totenreich eindringen. Die letzte Ruhe stören. La 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 la. Die Toten erwachen. Was? Wo denn? Hört sich nicht gut an. Dieser Nebel gefällt mir ganz und gar nicht. An mir auch nicht. Mir auch nicht, Kleiner. Wo erwachen denn die Toten? Ich sehe nichts. Haltet eure Waffen bereit. Ach hier, kleine Piss-Zombies. Na, was willst du denn? Ein Zombie hat Geld dabei. Der war wohl zu Lebzeiten reicher Mann. Na, kommt ja klar. Kassel. Wie wollen wir ja hier eins machen. So. Die kommen eh wieder. Das sind Zombies. Die kann man nicht so einfach unboxen. Da stehen ja schon die nächsten. Ich würde sagen, die Hügelgräber hören ab hier dann uns weinlich verliebt. Ach, ein Zombie-Träumer macht die ganze Arbeit. Lass ich mal kurz machen. Oh, stört ihn doch nicht. Lass ich mal kurz machen. Du hast einen Hammer Das war ein Troll Naja, da ist er ja wieder Machst du mal eine Heilung-Puppe? Nee Dann nicht Dann halt nicht Ich halte mein Inventar Plus zwei Ausdauer Gut Hat eine höhere Rüssi Gut Und die Höschen Sind schlechter Vom Puppe machen wir mal eine Heilung hier Muss ich meinen Trank verschwenden Nur weil die keine Heilung machen will Weiter geht's In dem Reich der Toten Oder im Reich der Toten Keine Munition mehr Geil Wenn ich die Spuren richtig deute waren Luin und Killeran hier auch in einen Kampf verwickelt Ach, die kann man kaputt noch Ja, hier drinnen findet man Holz Super Das hätte man mir auch mal erzählt Ich glaube, die werde ich brauchen Na, kleiner Mann Ach komm Gehen dieses Licht kannst du nicht bestehen Treffen musst du schon, kleiner Na los Boah, jetzt kriege ich mal eine Heilung Oh, ich gebe mir noch mal Heal So, und neues Pointchen Wird verteilt Wird verteilt Glocken Häften nach vorne Anzugreifen Nö Wird vom Champion Absoluter Schaden Auf den Feind Gut Kriegsgehärtet Erbrunkschaft So, ich bin gehealt Die Münzen Nehm ich noch mit Und weiter geht's Das Feld ist viel zu offen Quatsch nicht Ich will sagen, dass sie die Hügelgräber Winnen Den hoffnungslosen Krankfallsletzten Zuspruch zu ordnen Kriegst du auf den Kopf Junge Kriegst du Jetzt lernst du die Macht der Elder kennen Was machst denn du schon großartig Nix machst du Ich stehe hier völlig alleine im Kampf Oha Wie die mal nischt macht Wenn sie die mal absolut null macht Alter Bin ja fast tot Wisst du Und die macht einfach mal nischt Das kann ja wohl nicht wahr sein Wozu ist die alte gut? Wer denn? Ja Dank da Mach dir mal Ich brauche Pfeile Muss mich ja auch darin selber kümmern Also Krieg hier keine Pfeile Was soll der Scheiß? Ey ihr Geizkriegen Rückt was raus Ich brauch Moni Hallo? Das gibt's doch halt nicht Aua 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 Ach jetzt auf jeden mal Dann kann ich nichts mehr machen Daran kann ich da nicht Alter Kurtschwert des Höhlenforschers Einhandschwert Äh Deswegen nur kurzes Schwert So ab in der Höhle Gibt's hier was für mir? Äh Wie immer Soll das jetzt ein Jumpscare sein? Ja lächerlich Die liebsten Söhne von Kalub Weiß auch immer Na ja Gucken wir uns mal hier ein bisschen um Hier gibt's ein bisschen Unig Und es nimmt vieles Weißt du hab ich an den Scheiß Toll verballert Und schon geht Das Geiz wieder los Geld bringt mir jetzt nix Löchrige Axt Was macht denn die? Äh Zweihand Axt Die ist sogar besser als der Hammer Schaden 39 bis 69 Schaden 79 bis 119 Das ist doch viel geiler Soll ich gleich meine Axt an euch probieren Ja? Weg So du kommst Was macht denn die Zombie mit Pfeil und Boden? Na kam mir Kommt mir gerufen Oh das Beinchen war weg Geht hier in Deckel Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen Alter was halten die denn aus? Der hat nur noch ihren Arm Alter Muss ja ja wirklich alles abtrennen Das gibt's ja bald nicht Nee die Pfeile behalte ich mal lieber Boah mein Damage lässt nach Der Schrei ist vorbei Nein Geht in diesem Lichtschein in Deckung In diesem Lichtschein in Deckung Boah Ich glaube, ich muss bald mal auch auf anderes Stück skillen, weil das bringt dann da mir umfischt mehr. Oh, Polzen, immer gut. Her damit. Nur da ist ein schwaches Stück in der Mauer. Da ist was. Boah, alles an Polzen hier, was hier zu finden ist. Ich brauche die wirklich. Das war ein Zwergen-untypisch, in den Fernkampf zu gehen, aber manchmal hat man da wohl keine andere Wahl, so wie das hier in dem Spiel aussieht. Yes. Großes Geheimnis entdeckt. Geh her, geh her. Immer her mit dem schönen Stuff. Immer her. Immer her. Das war's. Keine Kiste? Das ist ja ein Scheiß. Keine Kiste. Das hier kann ich vielleicht noch. Na ja, wenigstens etwas. Nö. Schwächer. Äh, 190 bis 55. Aber jetzt sieht die Referenz zu groß. Was ist das? Was ist das? War alles unbrauchbar. Ah jo. Wo kam ich jetzt bestimmt? Ah, von da. Jetzt muss ich da lang. Weil hier stehen noch Vasen. Hier war ich noch nicht. Mana-Track. Belebens-Tränke. Ich werd nass. Ich werd nass. Ich werd nass. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Ich werd nass. Ich werd nass. Ich werd nass. Ich werd nass. Oh, der lebt nimmer. Ja, wird man dann, wenn man das Licht braucht. Mach dir mal. Goldene Zeromie. Bedeulich. Das ist ja noch ein bisschen. Guck ich mal. Das ist ja noch ein bisschen. Das ist ja noch ein bisschen. Ich hab mich doch mitgenommen. Hä? Okay. Ah, jetzt gibt es hier Bolzenlachschuhe. Ah, hier kann man schnell kaufen und verkaufen. Das machen wir jetzt auch mal schnell. Verkaufen. Ach, das war ein Schatt. Ich hab's. Okay. Jetzt nichts. Klusse 2 Ausdauer. Ich hatte mir heute nicht in Deutsch. Bringt nix. Ist besser, aber nur für Waldläufer. die ist auch besser ach jetzt habe ich alle meine waffen verkauft oder was es war wieder so ein lila ding aber geben ich habe die noch ist ja gleich so weiter geht's wir sind seines gleichen schon begegnet na los geht down deswegen gab es so viele bolzen au 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 sagt sie jetzt wo ich den trank verschwendet habe na danke ja pfeile wie sieht es aber mit steinen aus das wäre erledigt schultern gut 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 schultern neue schultern neue bolzen auch gut wieder bolzen die war neuer trank ich gehe erst mal das ausplündern Da ist noch was, das nehmen wir auch mit So, zack, zack Gucken wir mal, was die Schultern können Völlig gleich Ah, die sind heiler als meiner Stabiler Yeah Grab von Amon Gorta Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge Wollte ich mal sagen Bis dahin, tschüss Bis dahin, bis zum nächsten Mal Bis dahin, bis zum nächsten Mal